Der Gedanke war, eine Firma zu gründen. Es gibt eine lange Vorgeschichte natürlich, dass ich in der Automation und Sensorik immer zu Hause war und ich hatte das Vergnügen eine deutsche Niederlassung zu führen, die dann aber verkauft worden ist. Und dann habe ich gesagt, das kann ich auch, das kann ich besser. Insofern war dann der Gedanke, in dem Umfeld der Automation etwas zu machen. Das tat ich dann auch und so kam Safety System Products, also Systemprodukte im Bereich Maschinensicherheit. Ja, ich denke, wir haben einzigartige Produkte. Die sind tatsächlich einzigartig, insbesondere der Simplifier, den wir hier sehen. Die Normenwelt muss man erstmal kennenlernen, sie dann natürlich auch anwenden und das hat immer Spaß gemacht. Und die Automation und der Maschinenbau und insbesondere die Automation braucht Sicherheitstechnik und sie wächst kontinuierlich. So ist dann die Idee der Gründung entstanden. Die wichtigste Lektion, nie aufzugeben, an Produkte, die vielleicht nicht gleich so starten, wie man sich vorstellt, daran zu glauben und insbesondere die Mitarbeitern ins Boot zu nehmen und den Mitarbeitern Spaß an der Arbeit zu geben. Aber die Rolle der Mitarbeiter ist sehr groß geschrieben. Also ich denke, wenn sie durch die Firma laufen, werden sie sehen, dass die Leute ungezwungen ihrer Arbeit nachgehen und auch viel Platz für Kommunikation. Man sieht immer ein strahlendes Gesicht und das ist schöner, als wenn man nürrisch und verbittert seinen Job tut. Genau.